In der griechischen Mythologie ist Pyra die Tochter von Eplemetheus und Pandora sowie die Ehefrau des Doikaleien. Als Zeus beschloss, das goldene Zeitalter mit der großen doikalischen Flut zu beenden, waren Doikaleien und Pyra die einzigen Überlebenden. Denn Prometheus hatte seinem Sohn Doikaleien rechtzeitig befohlen, ein Schiff zu bauen. Nachdem die Flut abgelaufen und das Paar auf dem Parnas gelandet war, befragte Doikaleien das Orakel der Themis, was zu tun sei. Um die Erde wieder zu bevölkern, sie sagte ihm, er solle die Knochen seiner Mutter über seine Schultern werfen. Nach einigem Zögern wegen eines solchen Frevels erritt Pyra, dass mit der Mutter, die Gaia, die Erde als aller Mutter und mit den Knochen Steine gemeint seien. Also warfen sie Steine über ihre Schultern, aus denen bei Pyra Frauen und bei Doikaleien Männer wurden. Pyra und Doikaleien hatten mindestens fünf Kinder, Protogenäier, Helen, Grykos, Thyra und Oris Toys sowie möglicherweise noch ein sechstes Amphiktion. Forse To To Untertitelung des ZDF, 2020